Hier mal eine vorbildlich gepackte Seenotrettungskiste, die wir hier an Bord vorgefunden haben. Wir zeigen das, weil wir das sowas in der Art bisher überhaupt noch nicht gefunden haben. Zum Ersten haben wir hier einen kleinen Verbandskasten, alles Nötige drin, halt für den ersten Notfall. Als zweites haben wir die Rettungssignalmittel, das sind hier zwei Handfackeln und last but least das große Signal oder die große Signalrakete mit dem Ballon oben, also mit dem Fallschirm, geht sehr hoch und sehr weit sichtbar und bleibt noch lange in der Luft. Also das ist allererste Güte. Das nächste, was sich an Bord befindet, ist auch nicht unbedingt selbstverständlich hier in Norwegen. Das ist nämlich Werkzeug, falls es wirklich mal eine Panne ist. Und last but not least, nicht nur im Notfall, sondern auch beim Angeln sehr praktisch, ein Driftsack. Alles in allem, unserer Meinung nach, top ausgerüstet und wenn wir Sterne vergeben würden, wäre das Latte 5. Kronische Musik Der Dach Kronische Musik Untertitelung des ZDF, 2020